Im Jahr 1492 entdeckte Christoph Kolumbus eine neue Welt. Und kurz darauf begannen die Europäer, diesen Kontinent zu erobern. Und was sie dort vorfanden, das erzähle ich dir jetzt. Kolumbus konnte nicht lange von seiner Entdeckung profitieren. Das Ziel seiner Reise war es schließlich, eine neue Handelsroute nach Indien zu finden, um wertvolle Waren nach Europa zu transportieren. Die erwarteten Reichtümer blieben allerdings aus. Und bis an sein Lebensende glaubte Kolumbus, er wäre zur Ostküste Asiens gereist. Nach Kolumbus machten sich immer mehr Seefahrer auf die Reise und erkundeten das von ihm entdeckte Gebiet. Sie stellten fest, dass Kolumbus nicht den Seeweg nach Indien, sondern einen ganz neuen Kontinent entdeckt hatte. Man nannte ihn nun Amerika oder auch Neue Welt. Hier gab es zwar nicht die Waren, für die Indien berühmt war, wie zum Beispiel Gewürze, doch die Europäer fanden bald andere wertvolle Güter wie Tabakpflanzen, Mais, Kartoffeln und Tomaten. Vor allem aber trafen die Seefahrer auf Menschen, die schon seit langer Zeit in Amerika lebten. Völker wie die Inkas oder die Azteken. Das Volk der Azteken regierte ein großes Reich, etwa dort, wo heute Mexiko liegt. Sie waren sehr fortschrittlich, was die Verarbeitung von Ton, Stein, Holz und Edelmetallen anging. Besonders in Tenochtitlan, das heutige Mexiko-Stadt, gab es einen riesigen Markt, auf dem die Bewohner viele verschiedene Waren finden konnten. Weiter zu den Inkas. Die herrschten in Südamerika von ihrer Hauptstadt Cusco aus. Sie hatten wertvolle Metalle wie Bronze und Kupfer in ihrem Besitz, aus denen sie Waffen herstellten. Zu besonderen Anlässen trug man dort Schmuck aus Gold und Silber sowie farbenfrohe Kleider. Diese Reichtümer lockten die spanischen Eroberer an, die während ihrer Erkundung der neuen Welt immer gewalttätiger wurden. Dieser Teil der Geschichte wird daher die Zeit der Konquistadoren genannt. Das bedeutet Eroberer. Sie machten sich die überlegende europäische Waffentechnik, aber auch die Konflikte zwischen den indigenen Völkern zu Nutze, um in kurzer Zeit Mittel- und Südamerika fast vollständig zu erobern und auch zu plündern. Begonnen hat diese Eroberung im Jahre 1519. In diesem Jahr zog Hernán Cortés, mit Soldaten, Pferden und Kanonen ausgestattet, ins heutige Mexiko. Sein Auftrag war es, das Aztekenreich mit all seinen Reichtümern der spanischen Krone zu übergeben. Zunächst wurden die Spanier freundlich empfangen, da die Einheimischen sie für Götter hielten. Doch als die Fremden begannen, die Tempel der Azteken zu plündern, begannen diese Widerstand zu leisten. Nach nur zwei Jahren wurde das mächtige Aztekenreich zerstört. Das war jedoch erst der Anfang. Zwischen 1532 und 1536 wurde das Inka-Reich durch den spanischen Eroberer Francisco Pizarro unterworfen. Die Inkas hatten sich allerdings zuvor schon durch einen Thronfolgekrieg selbst geschwächt. Halten wir also fest. Seit Kolumbus 1492 den neuen Kontinent entdeckte, reisten viele europäische Seefahrer nach Amerika. Nach und nach wurden die einst mächtigen Reiche der Inkas und Azteken erobert. Die Folgen dieser Eroberung sehen wir zum Teil noch bis heute. Zum Beispiel ist Spanisch die offizielle Amtssprache in vielen südamerikanischen Ländern. Hi, ich hoffe das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de